Norddeutscher Rundfunk 2021 Das gibt's noch nicht. Okay. Ich bin gespannt, wie ihr den Song finden werdet, weil es halt mal eine andere Seite von mir ist. Und ich glaube, ich hab euch noch nicht erzählt, warum das Album Schwarzes Herz heißt. Hört ihr mich gut? Könnt ihr mich hören? Oh, ein Bär, wie süß die Maus. Leute, wir haben so viel Essen bestellt. Heute ist es auf euch, ne? Machen wir die Schlafkacke, ne? Die sind wieder an. Nee. Nee. Super. Kannst du dem noch mal schreiben, dass es da auch rein gehen muss? Danke schön, Mausies. Was erwartet ihr eigentlich vom Musikvideo? Ich mein, ihr habt jetzt noch keine Hörprobe gehört oder keinen offiziellen Trailer gesehen, sondern nur so einen ganz kurzen Teaser. Was glaubt ihr, was man sehen wird? Danke für die Rosen. I love you too. Ich kann euch jetzt schon mal ein bisschen spoilern und sagen, dass ich in dem Album Schwarzes Herz auf jeden Fall verschiedene Seiten von mir zeigen werde, beziehungsweise von meiner Musik zeigen werde. Und ich freue mich darauf. Ich glaube, das ist, ich glaube, ein zweites Album ist auch dafür da, um ein bisschen zu zeigen, was, was kann man noch als Künstler oder in welche Richtung kann man noch gehen? Hauptsache es macht Spaß, ne? Deine Lieder sind Therapie. Das ist halt meine Therapie. Ist er live? Wisst ihr das? Nee. Mhhh. 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 Ist nicht live.